so nachdem ich mehrmals gefragt wurde was alles die leckpumpe kann oder was alles dabei ist mal kurze übersicht das ist der behälter mit der pumpe stecker fürs netz stecker für den akku manueller bedienknopf gardena schlauchanschluss kann er wegkommen mit dabei ist ein ganz normaler schlauch dann mal dran machen zwei meter lang mit dabei ist ein akkupack der kommt hier in der rein so kommt hier dran hingeschaltet anlage läuft über akku mit dabei ist ein strom aber ein adapter kabel zum nachladen alles in einem top für auslösungsgefäße heizkörper kesseln lehrer falls mal die hebebombe kaputt ist kondensat hebebombe kann alles dankeschön